Hallöchen meine Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal, dem Mirko Let's Player. Schön, dass du eingeschaltet hast und heute würde ich gerne mit euch ein React auf die Jagd nach dem König des Darknets machen. Ich finde das sehr interessant, das ganze Thema um das Darknet. Ja, weil es immer heißt, es ist verschlüsselt und so weiter und so fort und du bist da privat anonym unterwegs. Also die Chance, dass du gefasst wirst, ist sehr gering und ich bin gespannt, ob die Jagd erfolgreich ist. Das werden wir jetzt, hoffe ich doch, in diesem Video herausfinden und deswegen schauen wir uns das auch gerne zusammen an. Ich bin gespannt. Dann lasst uns beginnen. Die Story rund um die Jagd auf den Darknet-König hat der Wired-Journalist Andy Greenberg in einer mehrteiligen Reihe eindrucksvoll aufgearbeitet. Außerdem gibt es eine phänomenale Darknet-Diaries-Episode zur Operation Bionet. Beide Links findet ihr in der Beschreibung. Kapitel 1 Der Kampf um den Tod Anfang der 2010er Jahre Das Darknet nimmt Fahrt auf. Die Versprechen von Anonymität und Privatsphäre locken immer mehr Menschen an. Dank Bitcoin gibt es auch ein neues... Das ist ja genau das, was ich sagte, ja, diese Anonymität. Ah, die Privatsphäre. Aber ob du die wirklich da hast, das ist ja die Frage an sich, ja. Weil Wie kann da sein, dass es so verschlüsselt ist, dieses Darknet, dass du da angeblich ja... Dass du da kaum gefasst wirst, ja. Ich meine, ich habe einen Bericht, ich weiß jetzt nicht genau, wann das war, habe ich auch wieder einen Bericht gelesen, dass eine große Gruppenperson vom Darknet wieder hochgenommen worden ist, ja. Es waren nur die kleinen Fische, nicht die großen Bosse, das ist klar. Aber Es ist ja trotzdem passiert, dass vom Darknet welche wieder erwischt wurden. Ah, jetzt bin ich wie gesagt, wenn das der König, also er sagt, das ist der König des Darknets. Da bin ich gespannt, wie da die Jagd begeht und ob die, ob sie die Jagd gewinnen, ja. Und wer schaltet sich da ein? Da ist jetzt die Frage, ja, ist es nur, ist es Deutschland oder ist es weltweit? Gucken wir mal. Zahlungsmittel, das nicht von Behörden kontrolliert wird. So ist es für Kriminelle einfacher denn je geworden, ihre Produkte online zu verkaufen. Im ganz großen Stil. Mit dem Aufkommen von Darknet-Schwarzmärkten beginnt ein gigantisches globales Katz-und-Maus-Spiel. Genau, das ist ja so. Ja, das Darknet an sich ist ja nicht illegal. Das Darknet an sich ist ja legal. Nur diese Märkte, wo da drauf existieren, ja. Die wurden Drogen, Waffen. Alle gestohlene Bankdaten, gestohlene Accounts oder Personal aus, gefälschte Personal aus, also und so weiter, wird dort verkaufen. Ab da an wird es dann illegal, ja. Also wenn du dir das Darknet mal anschaust, mal da ein bisschen drin rumschripperst, ist das ja noch nicht illegal, ja. Jetzt geh dann erst in den kriminellen Bereich rüber, wenn du dir dort was kaufen tust, was illegal ist. Ab da an beginnst du auch, in die Illegalität hereinzurutschen. Aber nur das Herunterladen mal reinzuschauen, ist das überhaupt nicht illegal. Und vor allem, es ist ja auch so, es ist ja gar nicht so einfach in das Darknet reinzukommen, ja. Ich meine, ich weiß, in YouTube existieren tausende Videos darüber, wie genau du zu welcher Seite in den Darknet reinkommst. Weil du öffnest es, es sieht aus wie Google, ja. Du bist nicht in den Darkchat. Das sind Unterlinks, die du dann erstmal öffnen musst. Ja, da gibt es dann so ein Wikipedia, das auch kein Wikipedia ist, sondern das, was du aufgebaut hast. Aber darüber halt dann verschiedene Links, dass du überhaupt aus diesen Webseiten kommst von denen. Das weiß ich zum Beispiel auch nur, weil ich da mal ein anderes Video gesehen habe. Ja, schauen wir mal weiter. Ich muss mal meinen Mund ein bisschen halten, ne. Was bis heute andauert. Falschgeld und Drogen. Fillionen sind doll. Silk Road ist bis heute der vielleicht legendärste Darknet Marketplace. Die Plattform geht im Februar 2011 online und wird wahnsinnig beliebt. Über 100.000 Kunden kaufen dort vor allem Drogen. Doch nur zweieinhalb Jahre später wird der Betreiber gefasst und die Site geht offline. Die Behörden wollen im Kampf gegen die Drogen ein Exempel statuieren. Der Silk Road Gründer erhält eine lebenslange Gefängnisstrafe. Gehst du dir das Risiko wirklich ein, dir deine Webseite aufzubauen, aber immer wieder Angst zu leben, dass du irgendwann vielleicht mal gefasst wirst und dein Leben lang in die Haft gehst? Da bringt dir kein Geld mehr. Das ist wurscht. Du Billionen auf dem Konto hast, Millionen. Relativ egal. Weil du bist in Haft. Du kannst mit dem Geld einfach nichts anfangen. Das ist nun mal so. Also ich persönlich für mich, auch wenn ich jetzt keine Familie hätte, kein Kind und so weiter, wäre das für mich so nicht mal dann ansatzweise, würde ich da rangehen und mich so in die Illegalität rein stürzen. Zu lukrativ, um andere Betreiber abschrecken zu können. Es dauert nicht lange und es sprießen neue Darknet-Märkte aus dem Boden. Silk Road 2.0 erscheint 35 Tage nach der Schließung des Vorgängers. Die Seite überlebt nicht mal ein Jahr. Evolution wird ein weiterer beliebter Marktplatz und ähnlich groß wie die beiden Silk Roads. Um auf Evolution einkaufen zu können, muss man seine Bitcoin an einen Account der Plattform zahlen. Quasi ein Darknet-Treuhandkonto. Erst wenn die Ware beim Kunden angekommen ist, werden die Verkäufer ausgezahlt. So liegt zu jedem Zeitpunkt unglaublich viel Geld bei den Plattformbetreibern. Irgendwann beschließen die Betreiber, dieses Geld zu stehlen. Ein klassischer Exit-Scan. Oha, da ist halt dein Geld einfach mal so weg. Es ist halt wirklich so weg. Wenn die Betreiber sagen, okay, ich schließe die Webseite. Du kannst dagegen gar nichts machen. Weil du bist ja auf illegalen Füßen unterwegs. Dir bleibt dann nur wieder, irgendwo auf einer anderen Webseite oder anderen Plattformen Fuß zu fassen und das Geld wieder reinzuholen. Weil das Geld hast du halt einfach verloren. Du kannst dann nicht über den Rechtsweg irgendwas tun. Weil dir wird da niemand helfen können. Weil du hast ja die illegale Füße gebaut, dann wirst du eher noch auch noch da verurteilt. Ebenfalls lange als ebenbürtiger Nachfolger der Silk Road gehandelt. Doch die Gründer nehmen die Seite im August 2015 freiwillig offline, weil ihnen das Geschäft zu heiß wird. Exit-Scams. Festnahmen. Freiwillige Rückzüge. Hacks. Von all dem... Und da ist es ja. Wie kann das dann sein, dass es heißt, du bist ja anonym? Der Privatpferde ist geschützt. Wenn das doch so anonym ist, dieses Darknet, dann ist es doch komisch. Oder aber auch so verschlüsselt. Das ist doch komisch, dass es da so viel trotzdem mittlerweile schon hochgenommen worden ist. Natürlich, die Polizei entwickelt sich auch weiter, um da reinzukommen. Aber wenn das so gerade verschlüsselt ist, dann müssen die doch immer der Polizei ein Stück voraus sein, normalerweise. Oder liegt hier das Problem bei dem Webseiten-Ersteller, dass die vielleicht Fehler gemacht haben. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt in dem Video erfahren werden. Aber wir schauen mal da rein weiter. Im Juli 2014 beginnt der Mann, der sich Alpha O2 nennt, mit der Entwicklung von Alpha Bay. Nur fünf Monate später geht er mit seiner Plattform online. Zunächst werden nur gestohlene Kreditkartendaten angeboten und verkauft. Doch Alpha O2 beginnt schnell, lukrativere Produkte anzubieten und expandiert. Neben Daten und Logins gibt es Drogen, Waffen und Schadsoftware. Auch Dienstleistungen wie Geldwäsche werden angeht. M-Moll-Wer, oha! Nur weniges ist verboten. Material, das auf Kindesmissbrauch schließen lässt, Auftragsmorde und gestohlene Kontodaten aus Russland sind streng untersagt. Ah, aber es gibt, das ist schön zu wissen, es gibt sogar im Darknet Regeln, dass du das, dass du sowas zum Beispiel nicht erhst. Okay. Ja. Ist ja schon mal richtig, ja. Kindesmisshandlungen und so weiter, Fotografie und so weiter. Ähm, Auftragsmorde, ja, das ist klar. Ich meine, das ist, glaube ich, klar, genauso glasklar wie die Kindermissbrauch oder Kinderboreografie. Ähm, wo ich da aber echt sagen muss, das ist super, dass das nicht sein darf. Also da bin ich, bin ich Fan von, wenn das nicht erlaubt ist, tatsächlich. Aber russische Dings, warum, aber, das check ich halt nicht. Du kannst, du kannst, von der ganzen Milde ist es erlaubt, aber nur nicht von Russland. Warum? Weiß man nicht. Ja, man hätte vielleicht warten sollen, ne, bis er damit fertig ist, dann hätte man das gewusst, warum die das vielleicht nicht machen sollten. Okay. Außerdem als russisch ausgeben, um eine falsche Fährte zu legen. Die Website selbst funktioniert ähnlich wie Amazon. Sie ist benutzerfreundlich. Die Suchfunktion Filter Kategorie. Man kann mit Bitcoin, Monero oder Ethereum zahlen. Das soll Anonymität garantieren. Erfabay bietet sogar einen Tumblr an. Dabei werden Spuren weiter verwischt, indem mehrere Transaktionen von verschiedenen Personen zusammengeführt werden. Die Plattform funktioniert hervorragend und dominiert das... Aber da musst du dich halt wirklich richtig auskennen, wie du das aufbaust. Also kann ich mir, wenn die da so... Also wenn die da so und so in den Dings drinnen sind, kann ich mir ja fast nicht vorstellen, dass die Polizei die Jagd gewinnen wird. Sag nett. Während andere Marketplaces auftauchen und verschwinden, bleibt AlphaBay. Die Zahl der Nutzer wächst rasant an. Nur ein knappes Jahr nach der Gründung verzeichnet die Site mehr als 200.000 registrierte Nutzer und 40.000 Anbieter. 2017 gibt es über 300.000 Artikel und täglich werden über eine halbe Million Dollar umgesetzt. Bei jeder Transaktion auf der Plattform verdient AlphaO2 mit. Er erhält eine Provision zwischen 2 und 4%. Er wird zum Multimillionär. Hinter AlphaBay steckt mittlerweile ein ganzes Team. AlphaO2 hat einen Stellvertreter namens The Snake, mehrere Moderatoren, die sich um Streitigkeiten zwischen Käufern und Verkäufern kümmern und einen PR-Manager. Mit dem explosiven Erfolg der Website zieht der Gründer sich schnell zurück. Er benennt sich um. Aus AlphaO2 wird schlicht Adnan. Die Kommunikation läuft jetzt nur noch über The Snake. Doch während AlphaO2 sich aus dem Rampenlicht zurückzieht, schenken ihm amerikanische Ermittler immer mehr Aufmerksamkeit. Er ist der mächtige Strippenzieher hinter der Plattform, die die dunkle Seite des Internets beherrscht. Und so beginnt eine Jagd, die sich über den gesamten Globus zieht und mehrere Jahre andauern wird. Kapitel 2 Wer ist der König des Darknets? Die amerikanischen Ermittler wollen um jeden Preis herausfinden, wo die Server von AlphaBay stehen. Mit Zugang zu den Servern können sie die Plattform schließen oder sich heimlich dort einschleusen, um so vielleicht die Betreiber ausfindig zu machen. Im Internet geben IP-Adressen Auskunft über die Standorte von Nutzern und Servern. In geschlossenen Netzwerken wie Tor werden Website-Anfragen über etliche zufällige Server auf der ganzen Welt geleitet. Die Route durch die vielen Server kann man nicht zurückverfolgen. Wo Server, Betreiber und Händler sich befinden, kann man also nur schwer... Deswegen sagt man, das ist so verschlüsselt. Das liegt nicht an Darknet selber, sondern an diesem Tor-Browser, den man ja dafür braucht. Aha. Interessant tatsächlich. Okay. Also versuchen es die amerikanischen Ermittler über andere Wege. Sie beginnen, die Plattform zu durchstöbern und anonym Drogen zu kaufen. Sie hoffen auf Fehler der Verkaufung. Vielleicht liefern die Produkte... Aha. Also hier wird man also jetzt... Ah, okay. Hier liegt tatsächlich daran, dass die Verkäufer Fehler machen müssen, um dass sie aufgeschmissen... Also dass sie halt... Dass man sie entdeckt, entlarvt, dass man weiß, wo sitzen sie, zu welchen Server und so weiter. Okay, also das ist nicht an Darknet selber. An Darknet hält sein Versprechen, dann geht es um die Webseitenbetreiber. Aha. Dann muss er ja hoffentlich keinen Fehler machen. Produkte, Verpackungen oder Briefmarken, Hinweise auf die Identität des jeweiligen Drogenhändlers. Den können sie dann festnehmen. Aber das sind nur kleine Fische. Händler kommen und gehen. Die Ermittler wollen Alpha O2. Doch der Kopf hinter Alpha Bay scheint jede Sicherheitsvorkehrung getroffen zu haben. Er beherrscht augenscheinlich jede Regel des Spiels. Die Ermittler beißen sich verzweifelt die Zähne an ihm aus. Zumindest bis Dezember 2016. Oh. Jetzt ist er bei uns Spoiler, dass sie ihn fassen werden. Da bin ich jetzt gespannt, was da passiert. Na, da muss er einen Fehler gemacht haben. In Fresno, Kalifornien sitzt Robert Miller am Schreibtisch. Er arbeitet bei der DEA, der amerikanischen Drogenstrafverfolgungsbehörde. Er ist auf Alpha Bay angesetzt. Bis zu diesem Tag wohl ein ziemlich undankbarer Job. Doch plötzlich bloppt er eine Mail in seinem Postfach auf. Der Absender ist anonym. Der sonst so clevere Alpha O2 hat in den Anfangstagen von Alpha Bay einen folgenschweren Fehler begangen. Oh. Jeder User, der sich damals auf der Website registrierte, erhielt eine Willkommens-E-Mail. In den Metadaten dieser Mail war die E-Mail-Adresse des wahren Absenders sichtbar. Oh no, also heißt, nur durch diese E-Mail-Adresse ist er aufgeflogen? Ja, okay, aber... Warum? Ich mein... Er wird ja Tausende haben, also von daher wird dann der E-Mail-Adresse nicht liegen. Aber die tun sich ja gerade auf die E-Mail-Adresse. Ich bin gespannt. Da wurde damals schnell korrigiert. Doch der anonyme Tippgeber hat eine dieser ersten Willkommens-E-Mails aufbewahrt. Vielleicht war er zwei Jahre zuvor einer der ersten Kunden von Alpha O2. Vielleicht ist er der Betreiber einer konkurrierenden Zeit und hat sich die Mail irgendwie beschafft. Wer weiß. Haben wir gut meinen, ja. Jedenfalls hat er zugeschaut, wie Alpha Bay im Darknet explodiert. Nur um diese Mail dann an die DEA weiterzureichen. Scheiße. E-Mail-Adresse lautet pimpalex91 at hotmail.com. Einerseits ziemlich peinlich, andererseits ein entscheidender Anhaltspunkt für Miller und seine Kollegen. Über die Mail-Adresse stoßen die Ermittler auf Fotos aus den Jahren 2008 und 2009 von einem alex of skyrock.com. Das ist eine französischsprachige Social-Media-Plattform. Okay. Dort hat er auch ein altes Dating-Profil verlinkt. In dem Profil ist Trois-Rivières als seine Heimatstadt angegeben. Okay, also um das klarzustellen, er hat sich jetzt beim Darknet mit seiner Webseite seine private E-Mail-Adresse benutzt. So, also, ja, entscheidend war der ja, aber der hat auch alles bedacht, wie sie sich angehört hat, ja, die Webseite gut aufgebaut und so weiter und so fort. Hat an jedes Sicherheitsrisiko gedacht. Da muss ich doch auch dran, oder was heißt, so, so denke ich halt, ja, äh, wenn ich was Illegales mache, dann benutze ich doch nicht meine private E-Mail-Adresse. Dann benutze ich doch irgend, irgendetwas anderes, was nicht mit mir in Verbindung gebracht werden kann. Ah, das ist jetzt meine Meinung. Okay. Da passiert, dann ist halt genau das, das alles halt dann aufliegt, ja. Die Frage ist halt, ob man überhaupt daran denkt. Das ist halt das Zweite, ne. Schwierig. Sie liegt im Süden der kanadischen Provinz Quebec. Laut dem Profil war er damals 17 Jahre alt. Die 91 in seiner Mail-Adresse könnte also für sein Geburtsjahr stehen. Bei der Gründung von AlphaBay wäre er 23 Jahre alt gewesen. Der Benutzername AlphaO2 taucht auf... Dann ist er jetzt 30. Ah, nee, nee. Nee, 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 er ist jetzt... Er würde jetzt dann das Jahr 33 werden, wenn ich mich nicht täusche. Auch in einem französischsprachigen Technologieforum auf. Dort erklärt er 2008, wie man einen Virus von einem Bild entfernt. Am Ende des Paus... Ich sehe das richtig, er hat jetzt auch da den gleichen Namen wie beim Darknet benutzt. Okay, ich meine, den Namen an sich, den kannst du ja benutzen, das kann ja bloß nur mal Zufall sein. Aber er hat wirklich bloß hier eine E-Mail-Adresse benutzt. Schwierig. Ja, scheiße. Die Sache ist aber auch die, auch jetzt, wenn du nicht deine E-Mail-Adresse benutzt, sondern eine andere, kannst du ja, auch da kannst du dann deine Sachen wieder auf dich lenken. Mit einer falschen E-Mail-Adresse. Also so, mit E-Mail-Adressen sowas zu verschleiern, glaube ich, ist sehr schwierig. Ich kenne mich damit nicht aus, weil in so einem Thema bin ich gar nicht drinnen. Aber ich würde, egal, also ich, ich meine, ich weiß nicht, ob du in dem Moment nicht dran denkst. Na? Weil du da an was ganz anderes denkst, wenn du sowas aufbaust. Keine Ahnung, weißt du, was habe ich noch nie gemacht, ja? Und ich meine, ich will nicht mal nebenan hinter Gittern sitzen, genau deswegen bin ich anständig. Vor allem, weil ich eine Familie habe, ja. Und das ist mir sehr heilig, tatsächlich. Okay, schauen wir weiter. Casas Paypal-Account. Auch hier hat er seine private E-Mail-Adresse angegeben. Über sein LinkedIn-Profil finden sie heraus, dass er als freiberuflicher Software-Designer arbeitet. Außerdem soll er eine eigene Tech-Firma namens EBX Technologies führen. Auf Facebook finden sie das Profil seiner Verlobten, eine Thailänderin. Scheinbar lebt der Kanadier dort. Die Spur führt die Ermittler in die Hauptstadt des Landes. Bangkok dann, oder? Von Thailand ist Bangkok. Meine, glaube ich ja zumindest. Nach Bangkok. Ja, bin auch nicht die andere, äh, noch richtig informiert. Mithilfe der thailändischen Behörden identifiziert das Ermittlerteam drei Immobilien in der Stadt, die Casas gehören. Ein Haus befindet sich in einem bewachten Wohnviertel. Hier lebt Alfa O'Too mit seiner Frau. Dann gibt es noch ein zweites Haus und eine 3-Millionen-Villa am Stadtrand von Bangkok. Er hat außerdem ein Ferienhaus in Phuket und ist im Prozess, sich eine weitere Villa auf Zypern zu kaufen. Die Ermittler beginnen, ihn zu beschatten. Zum Lifestyle des Multimillionärs gehören auch mehrere Autos. Besonders mit seinem Lamborghini fährt Casas gerne durch Bangkok. Agenten beobachten ihn, verfolgen seine Routen und orten sein iPhone. Casas lebt zwar mit seiner Frau in einem schönen Haus. Seine vielen Affären lädt er aber lieber in ein anderes seiner Häuser in Bangkok ein. Die Ermittler taufen das Haus Bachelor Pet, zu deutsch Junggesellenbude. Casas ist ein aktives Mitglied in einem Pick-up-Artist-Forum. Dort geben Männer sich gegenseitig Tipps, wie man besonders erfolgreich bei Frauen wird. Unter dem Namen Romeo veröffentlicht Casas seine konservativen Familienwerte und führt quasi einen sexistischen Live-Blog über sein erfolgreiches Sexleben. Ansonsten ist sein Alltag recht normal, fast schon unspektakulär für den König des Darknets. Er steht früh auf, checkt seine Social-Media-Accounts, arbeitet und ist viel zu Hause. Er besucht ab und zu einen Sprachkurs oder geht mit seiner Ehefrau essen. Rund um diese Routine planen die Behörden akribisch seine Festnahme. Im Juni 2017, wenige Wochen vor dem Zugriff, sitzen ein paar amerikanische Agenten in der Lounge des Fünf-Sterne-Athony-Hotel in Bangkok. Plötzlich taucht Casas auf. Er parkt seinen Porsche Panamera am Eingang und schlendert lässig durch den Eingangsbereich. Direkt auf die Agenten zu. Es gibt tausende Hotels in Bangkok. Sind sie aufgeflogen? Hat der König des Darknets sie überlistet? Casas setzt sich nur wenige Meter von den Agenten entfernt an. In der Szene sah das so aus, als würde er zu denen hingehen und würde sich zu denen setzen. An einem Tisch. So nah waren sie ihm noch nie. Doch er trifft sich nur zu einem Geschäftsessen. Ein absurder Zufall. Zu diesem Zeitpunkt ahnt niemand, dass Casas einen Monat später tot sein wird. Oha. Also hätten sie ihn lieber da geschnappt, weil dann wäre er noch lebend. Und dann, wenn sie zuschnappen wollen, also kommt das, oder, aber ich glaube, vielleicht würde ich das auch falsch interpretieren, aber wenn sie jetzt, ähm, wenn sie ihn jetzt schnappen, würde er leben. Aber sie machen es zu spät und der ist dann tot? Oder wie? Kapitel 3 Operation Bayonet AlphaBay ist zu dieser Zeit der größte Darknet-Markt der Welt. Doch es gibt Konkurrenz. In Europa nimmt der Hansa-Market Parallelfahrt auf und beschäftigt die europäischen Behörden. Durch einen Hinweis eines Sicherheitsforschers finden niederländische Behörden die Server des Hansa-Markets. Sie stehen in einem Datenzentrum in den Niederlanden. Eine einmalige Gelegenheit tut sich auf. Sie beobachten die Server, kopieren die Daten und durchforsten unzählige Chat-Einträge der Betreiber der Seite. Sie finden heraus, dass es sich um Deutsche handelt und sie vermutlich sogar noch in Deutschland leben. Gemeinsam mit dem BKA wollen die Niederländer den Hansa-Markt unter ihre Kontrolle bringen. Doch die Admins finden vermutlich heraus, dass eine Kopie ihrer Server erstellt wurde. Der Hansa-Market verschwindet von den niederländischen Servern. In den Chats finden die Behörden auch ein paar Bitcoin-Adressen. Sie beginnen die Transaktionen dieser Bitcoin-Wallets zu tracken, bis sie bei einer niederländischen Kryptobörse landen. Sie klopfen bei dieser Börse an und lassen sich die Daten gehen. Die Spur der Bitcoin... Ja, ja, aber ist das so einfach? Bist du da anklopft und ich meine, ja klar, du wirst dann sagen, ja, pass auf, die haben eine Scheiße gebaut, wir brauchen die Daten. Wenn die weggehen, okay, wenn sie nicht herausgehen würden, dann würden sie mit durchsuchen, dann würden sie mit durchsuchen und sagen, hey, pass ab, wir suchen, wir kriegen die Daten. Ja, okay, die Bank dafür kann er dafür eigentlich gar nichts. Die sind ja nicht illegal und die tun ja bloß die Wertung zur Verfügung stellen. Bitcoin führt nach Litauen. Gemeinsam mit den dortigen Behörden machen die Deutschen und die Niederländer die Standorte der neuen Server ausfindig. Diesmal wollen die Behörden zuschlagen. Dann passiert etwas Unerwartetes. Das FBI informiert die europäischen Behörden über ihre Pläne, Alpha O2 festzunehmen und Alpha Bay zu schließen. Und plötzlich ergibt sich eine einzigartige Chance. Operation Bayonet wird ins Leben gerufen. Die Operation wird von FBI und DEA geleitet und umfasst die Zusammenarbeit von Strafverfolgungsbehörden aus insgesamt sieben Ländern. Aber wenn du die hinter dir hast, dann bist du verloren. Das FBI soll mit der Schließung von Alpha Bay warten, bis die Niederländer Hansa Market in Zusammenarbeit mit den Deutschen unter ihre Kontrolle gebracht haben. Wenn Alpha Bay dann schließt, würde Hansa etliche neue Nutzer gewinnen. So ist es häufig im Darknet, wenn eine Site schließt oder es einen Exit-Scam gibt. Aber dieses Mal auf eine Seite, die heimlich von den Strafverfolgungsbehörden gekapert wurde. Mit den Daten könnten die Niederländer tausende nichtsahnende Kriminelle überführen. Ein Honeypot. Alexander Kases weiß nichts von all dem. Er dreht weiter nichtsahnend seine Runden durch Bangkok im Lamborghini, labert wirres Zeug in seinem Lieblingsforum und betrügt seine Frau. Am 20. Juni 2017 gelingt der erste Teil der Mission. Das Datenzentrum in Litauen wird von niederländischen Einsatzkräften gestürmt. Gleichzeitig verhaften deutsche Behörden die beiden Betreiber des Hansamarkts in Siegen und Köln. Die Betreiber können vor ihrer Festnahme niemanden warnen. Der Hansamarkt ist unter niederländischer Kontrolle. Und niemand im Darknet weiß davon. Ach du Scheiße. 5. Juli 2017. Bangkok. Es ist soweit. Gegen Kases liegt ein Haftbefehl vor. Heute werden die Royal Thai Police, die DEA und das FBI Alexander Kases festnehmen. Alpha O2 soll nach über zwei Jahren endlich das Handwerk gelegt. Ein grauer Toyota Camry biegt in eine Sackgasse ein und fährt auf Kases Haus zu. Am Steuer die Agentin der Royal Thai Police. Dem Bachmann gibt sie zu verstehen, dass sie falsch abgebogen sei. Sie will drehen und baut aus Versehen einen kleinen Unfall. Der Lärm und das Chaos sollen Kases aus seinem Haus locken. Er soll rauskommen, ohne nachzudenken. Dieser Teil ist wichtig. Seine Geräte müssen möglichst entsperrt sein, wenn er festgenommen wird. Falls seine Festplatten verschlüsselt sind, könnten die Behörden sonst womöglich den Zugang zu Alpha Bay verlieren. Kases verlässt sein Haus und geht auf den Toyota zu. Er hat sein entsperrtes Handy bei sich. In diesem Moment stürzen sich mehrere Beamte auf ihn. Holy Shit, das war clever von denen. Das war clever, dass der wirklich das gemacht hat, was die gedacht haben. Dass er rausgerannt ist, um zu schauen. Wenn ich glaube ich richtig weiß, ist auch oben der Laptop noch entsperrt. Also, können sie sich da auch einfach jetzt reinhacken und sind halt dabei. Und keiner weiß davon. Er versucht zurück ins Haus zu rennen. Womöglich um sein Computer zu sperren. Doch die Einsatzkräfte überwältigen ihn. Die Ermittler sprinten ins Haus. Handy offen und der Laptop offen. Scheiße. Haus und suchen seinen Laptop. Sie finden ihn im Schlafzimmer. Er ist an und noch nicht auf Standby. Der Plan ist aufgegangen. Die Beamten haben ihn überrascht. Alpha O2 ist noch auf dem Server eingeloggt, der Alpha Bay hostet. Die Ermittler durchsuchen den Laptop und finden mehrere Passwörter für die Alpha Bay Website und die Server. Der Kanadier hinterlässt ein Vermögen von 23 Millionen Dollar. Die Behörden beschlagnahmen seine Luxusautos, die Häuser, ein Hotel sowie Millionen in Form von Kryptowährung. Die Ehefrau von Cassis wird angeklagt. Der Thailänderin wird Geldwäsche vorgeworfen. Eine Woche später, am 12. Juli, ist Alexander Cassis tot. Er hat sich in einer Zelle in Untersuchungshaft das Leben genommen. Der König des Darkheads ist Geschichte. Ah, er hat sich also das Leben genommen. Er ist nicht gestorben oder es hat ihn keiner umgebracht, sondern er hat sich selber das Leben genommen. Oha, tragisch. Die Schließung von Alpha Bay durch Behörden wird erst einmal geheim gehalten. Als die Plattform plötzlich offline ist, weiß niemand warum. Ein Exit-Scam? Ein Hack? Haben sich die Betreiber zur Ruhe gesetzt? Die Nutzer wechseln wie erwartet in Horden zu anderen Darknet-Plattformen. Auch zum Hansa-Market. Vier Wochen lang schauen die niederländischen Behörden tausenden Kriminellen bei ihrem Handel auf der Plattform zu und sammeln wertvolle, belastende Beweismittel. Am 20. Juli 2017 wird der Hansa-Market dichtgemacht. Am selben Tag verkündet das US-Justizministerium das Aus von Alpha Bay und Hansa. Ein gigantischer Erfolg für die globalen Behörden. Das Darknet an sich ist keine böse Technologie nur für Kriminelle. Es braucht Orte im Internet, in denen Whistleblower und Journalisten verhältnismäßig sicher sind. Doch Marketplaces wie Alpha Bay gehören weiter zum Bild dazu. Das globale Katz-und-Maus-Spiel ist noch lange nicht vorbei. Die Nachfrage nach illegalen Drogen, Waffen, Falschgeld und Schadsoftware ist zu groß. Dauerte nicht lange und Hansa-Market und Alpha Bay waren vergessen. Nutzer strömten zu anderen bestehenden Plattformen. Etliche neue Darknet-Märkte sprossen aus dem Boden und stellten sich besser auf als die ehemaligen Marktführer. Der russische Darknet-Markt Hydra war zeitweise mehr als doppelt so groß wie Alpha Bay. 2021 wurde auch er von deutschen und amerikanischen Behörden abgeschaltet. Und so entfachte ein neuer Wettkampf um den Titel König des Darknets. Oh, es gibt neun, okay. Ein vielversprechender Anwärter ist The Snake. Er hat Alpha Bay 2021 neu aufgezogen und betreibt den Darknet-Marktplatz bis heute. Ah, also wenn man jetzt reinschauen würde, dann würde man die Seite also auch noch finden. Krass. Ich muss sagen, richtig geiles Video. Holy shit. Hat er gut gemacht. Wow. Das ist ja schon echt heavy. Mega gut. Ähm, ja. Das war's mit dem Video. Ich hab, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war, wie gesagt, mal ein anderes Video auf meinem Kanal. Ähm. Nicht nur Gaming, mal ein React. Mal schauen. Vielleicht kommt sowas öfters, wenn ich mal was Interessantes finde. Wie gesagt, das hat mich jetzt echt interessiert. Und, oder generell, um zu sagen, das interessiert mich. Oder so Kleinigkeiten, wo ich echt sag, wow. Vielleicht, wenn ich ja wieder mal was finde, wo ich sag, uh, das ist geil. Ja, das hat einen geilen Titel. Das könnten wir uns mal anschauen, dann. Schauen wir mal. Ähm, ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Follow da. Ähm, lasst gerne ein Like da. Und aktiviert die Glocke, wo wir das nächste Video nicht verpassen. Ja. Ihr findet auf meinem Kanal Gaming. Ja, ETS. Rainbow Six Siege. Also schaut da auch gerne mal komplett rein. Und durchstöbe das ein bisschen. Ansonsten sehen wir uns dann wahrscheinlich im Livestream dann wieder. Macht's aus guter 3. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.